Ihr habt nun euer Thema und eure Problemstellungen festgelegt, eure Zielgruppe für den Hackathon identifiziert, euch auf ein Datum geeinigt und euren Raum gebucht. Nun kann die Anmeldephase starten. Spätestens zwei, drei Monate vor dem Hackathon sollte die Anmeldung offen sein. Die Anmeldung könnt ihr formlos via E-Mail oder wahrscheinlich praktischer über ein Formular abwickeln. Denkt jedenfalls daran, dass ihr hier persönliche Daten sammelt und datenschutzrechtlich alles geklärt sein muss. Wenn am Tag des Hackathon Filme oder Fotos gemacht werden, müssen die Teilnehmenden auch dem zustimmen. Damit die Teilnehmenden top informiert werden, empfiehlt sich eine eigene Webseite zum Hackathon. Die Teilnehmenden sollen dort auf einen Blick alle Infos bekommen. Worum es beim Hackathon geht, wo und wann der Hackathon stattfindet und warum sich das Mitmachen überhaupt lohnt. Vielleicht brauchen sie auch noch zusätzliche Informationen zum Einlesen. Wir konnten zum Beispiel nicht annehmen, dass alle Teilnehmenden schon ExpertInnen in digitaler Barrierefreiheit sind und haben deshalb Videos zum Vorab-Anschauen bereitgestellt. Bei der Anmeldung müsst ihr auf jeden Fall Kontaktdaten abfragen. Ihr könnt das Anmeldeformular zusätzlich nutzen, um zum Beispiel abzufragen, für welche Problemstellung sich Personen interessieren, welche Vorkenntnisse sie mitbringen oder von wo sie anreisen, um die Anreisekosten abzuschätzen. Direkt bei der Anmeldung können Teilnehmende auch angeben, wenn sie besondere Anforderungen haben, sei das ein barrierefreier Zugang zur Location oder bestimmte Lebensmittelallergien für das Catering. Vergesst nicht auf Marketing. Überlegt euch so früh wie möglich, wie ihr eure Zielgruppe am besten erreicht und wie ihr damit Teilnehmende für den Hackathon gewinnen könnt. Sucht also schon vor der Anmeldefrist mögliche Kooperationen mit Firmen, Organisationen und Institutionen, die euch bei der Bewerbung helfen können. Wir haben dafür zum Beispiel thematisch passende Institute, Servicestellen zur Barrierefreiheit sowie die Hochschülerschaften und Studienvertretungen unserer jeweiligen Hochschulen eingebunden. Je nachdem, was zu eurer Zielgruppe passt und wo ihr sie trefft, könnt ihr Plakate, Flyer oder Sticker verteilen, E-Mails versenden, auf Social Media das Event bewerben oder einfach eure Kontakte nutzen und Interessierten vom Hackathon erzählen. Macht euch am besten vorab einen genauen Plan, wer wann und wo Werbung für das Event macht.